So, wir haben hier Ass Bube in zweiter Position. Nee, Ass Dame. Ich wollte mal gucken, ob alle aufmerksam sind. Wir haben hier Ass Dame, Caro und Raisin und der Superfisch called. Ich würde beten. Weil er mit Ass 8 callt. Wiss ich noch nicht, kommt auf ein Turn drauf an. Musst du mir mal eine Turncard vorschlagen. Eine 10. Nicht Caro, nehme ich an. Ja, Caro würdest du einfach stur beten, oder? Ja, genau. Obwohl der Check Call dann noch besser ist, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, eine Dame wäre ein Check Call am Turn, oder? Ja. Eine 10, nicht? Ja, eine 10 Offsuit würde ich wahrscheinlich Check holen, denke ich. Ja, aber ich denke, dass er bei dem Board, also die Full-to-C-Bit-Statistik auf 63%, dass die hier eher 15 ist. 40 ist, ja. Ja, oder 15. Ja, ja, okay. Wirklich richtig tief. Der kommt hier 7, 8 Offsuit. Ja, 8, 10. Ja, denke ich auch. 9, 10 könnt ihr folden, aber das ist so das Einzigste. Also, naja. Deswegen hast du ja halt einfach so wenig Fold-Equity. Also hier einfach C-Bit Check-Fold zu spielen bei vielen Karten, finde ich halt auch nicht so gut. Ja, aber es sind ja so viele Karten, die du nicht check-foldest. Muss man überlegen, welche Karten check-foldest du denn? Das sind ja nur Offsuit-Karten. Äh, 6, 7... Stimmt. Und eine 4, eine 5, eine 2, Check-Holze. Ja, genau. Also so viele Karten sind das. Ich würde fast sagen, es ist 50-50 oder so. Stimmt, also jede 3, ist ja klar. Und er kann hier trotzdem folden, was man ja nicht unterscheidet. Ich weiß, das sind nur 10 bis 15 oder 20 Prozent. Vielleicht sind es 20 Prozent, aber das stimmt schon. Aber trotzdem kann er hier auch folden, wenn er hier 9, 10 hat oder... Aber von 9, 10 willst du von 9, 10 fold haben? Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Equity-Share raus folden. Dann gehört dir der Pod einfach, wenn er 9, 10... Wenn du 9, 10 weiter drinnen lässt, gehört dir der Pod halt nur zu 60 Prozent oder so. Aber das spielt er ja an. Also du kriegst ja von seiner Luft nochmal am Flop 7 Dollar oder 6 oder 5. Die du ja nicht kriegst, wenn du bettest. Ich wäre froh, wenn er 9, 10 foldet auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen, aber... Also wenn ich hier bette, kriege ich halt nur schlechtere Hände raus. Das ist halt echt, ich protecte vor 6 Outs, wenn du so willst. Deswegen finde ich die C mit hier irgendwie... Nee, ich sag ja, der callt ja auch... Der callt ja mit schlechteren Händen, Ass-6 bis Ass-Bube. Na, aber du wirst halt am Turn so oft... Und der callt mit 6, 7, der callt mit 8, 9... Ne, mit 8, 9 nicht, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Mit 6, 7, ja. Mit 7, 8 callt er. Mit jeder 3? Mit jeder 3? Ja, ich meine die 3, die sind meistens dann schon ein bisschen connected. Also 3, 6 ist die Straße und 3, 7 wollen wir jetzt mal sagen... Nee, also der hat hier auch König 3, Dame 3, Bube 3 in seiner Range. Okay, also es sind so viele Hände einfach, wo er mit schlechteren Händen callt. Deswegen denke ich, ist Bett gut. Also Bett ist for value und spielst den Turn weiter nur, wenn du improvest. Ja. Also eine Dame check call, eine Karo... Bett. Bei Karo würde ich einfach betten und zwar Hälfte Pott oder so. Ja. Ja. Weil selbst dann kann er noch mit schlechteren Händen callen. Das ist ja das, wenn der Turn die 10 in Karo ist, kann er ja immer noch mit Ass-Bube oder Ass-9 callen. Das heißt dann noch lange nicht, dass er das verholt. Deswegen könnte ich dann Elfte Pott spielen oder so. Ja, das stimmt. Das ist das Gute. Ich will hier eigentlich die Hand aufgeben, weil es mir zu verrückt ist gegen diesen Spieler, weil er wirklich krank ist. Ja, wenn der eine AG von 8 hätte, würde ich hier auch Check verholen. Ja, der hat einen Haufen Scheiß gemacht schon. Also der hatte viele Ideen. Ja. Deswegen gebe ich hier auf und River bettete 8. Ja, das kannst du callen, ey. Und der war halt übelst fischig und ich habe also nicht lange nachgedacht und nie gecallt. Finde ich nicht schlecht. Ja, der hat die Macht auf sich. Also so oft muss der auch nicht gut sein. 33 Prozent. 33 Prozent, ja. Ach, das ist schon völlig in Ordnung, ne? Das ist halt das, wenn er hier 3,50 spielt, dann ist es viel ehrenvoll, als wenn er 8 spielt, weil er ein König nie 8 spielt. Ja. Das ist halt das. Es ist echt so, bei den Batsizes, ey, da kommst du auf die lustigsten Sachen, weil das ist so oft, es ist einfach schwach, wenn die da... Der sagt ja... Der will dir ja verkaufen, dass er einen König hat und das würde er aber nie machen. Ja. Von der Batsizes sagt er ja, dass er 1,3 oder 1,3 hat. Ja, genau. Von der Batsizes sagt er eher, dass er 5er hat oder 2er oder 1,3 oder 3,6 oder sowas. Ja. Und aber er repräsentiert einen König und das ist halt sein Problem. Aber... Ja. 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 Ja.